Auf geht's! Fahrt vorsichtig! Bege nach rechts ab. Bege nach rechts ab. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Bege nach rechts ab. Bege nach rechts ab. Bege nach rechts ab. Bege nach rechts ab. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Bege nach rechts ab. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einigkeitsbegrenzung. Ich bin einigkeitsgeklar. Und dann muss ich es noch nicht mehr nehmen. Ich bin einigkeitsgeklar. Ich kann es noch nicht mehr machen. Ich bin einigkeitsgeklar. Ich bin einigkeitsgeklar. Ich bin einigkeitsgeklar. Ich habe den ersten 1. Biegen nach rechts ab. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.